So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge zu Pokémon GO. Gerade haben wir noch gestreamt, bisschen Pokémon Karmazin. Am Ende des Streams ging es ziemlich wild zu, deswegen schnell aus, schnell hier rein und schnell mal Teil 2 vom Winter-Event ankündigen. Es ist an der Zeit, die Feiertags-Outfits auszupacken. Evoli und seine Entwicklungen tragen in Pokémon GO Feiertagshüte. Richtig schönes Bild, richtig winterlich, hier seht ihr noch ein Siberio, hier seht ihr die ganzen Entwicklungen von Evoli und alle tragen ein Kostüm. Da freuen wir uns besonders drauf. Trainer, wir hoffen, dass euch das Winter-Feiertags-Teil 1-Event gut gefallen hat. Der Spaß ist jedoch nicht zu Ende. Auf euch warten noch mehr fantastische, noch mehr festliche Überraschungen. Beim Event Teil 2 erscheinen Evoli und seine Entwicklungen mit Feiertagshüten. Außerdem könnt ihr Petsneef mit Feiertagsschleife zum ersten Mal zu Siberio mit Feiertagsschleife entwickeln. Das ist noch nicht alles. Auf euch wartet während des Winter-Wunderland-Events eine Wintersammler-Herausforderung. Auch könnt ihr beim Raid-Tag mit Hisui Aktilias euer Allerbestes geben. Lest weiter, wenn ihr mehr über die festlichen Überraschungen erfahren möchtet, die euch dieses Jahr in Pokémon GO erwarten. Momentan läuft ja noch Teil 1 vom Winter-Event, aber ab Freitag, den 23. Dezember, 10 Uhr, beginnt dann Teil 2 und läuft bis Samstag, den 31. Dezember, 20 Uhr. Ab 10 Uhr ist also auch Raid-Boss-Wechsel. Kobalium geht dann raus. Ab 11 Uhr, weil die Eier immer eine Stunde brauchen zum Aufgehen, werdet ihr also das erste Kyurem dann sehen. Pokémon-Debüts. Evoli und seine ganzen Entwicklungen feiern also ihr... ihr Debüt zum ersten Mal im Pokémon GO. Ich denke jetzt aber mal, nur Evoli kann man also fangen mit dem Kostüm, kann auch Shiny sein und alle anderen Sachen müsst ihr halt dann entwickeln. Ich glaube nicht, dass die Entwicklungen jetzt auch irgendwo so anzutreffen sind, schon mit Kostüm. Hier ist auch kein Shiny-Symbol dran. Hier am Evoli ist es also. Entwickelt ruhig mal ein paar, wenn ihr ein paar habt. Ihr müsst ja sowieso für Aquana, Flamara und Blitzer einfach random entwickeln, außer ihr habt den Namenstrick noch. Und dann gibt es bestimmt einige Leute, die haben drei oder vier Aquana, brauchen aber einen Blitzer. Andere haben drei Blitzer und brauchen einen Aquana. Da könnt ihr natürlich untereinander dann tauschen, deswegen tauscht nicht vorher die weg, sondern entwickelt die ruhig, bis ihr alle voll habt. Und die übrigen könnt ihr mit Kostüm dann wegtauschen gegen die, äh, gegen die anderen, die dann die brauchen, die ihr nicht habt und so. Ist auf jeden Fall eine prächtige Sammlung, die man sich hier zulegen kann. Bei Evoli sieht der Hut irgendwie für mich auch am besten aus, bei den anderen ist der so klein und unscheinbar. Aber Evoli mit dem Mützchen sieht ganz nett aus. Zum ersten Mal kann man also auch Petsneef mit der Schleife, was es ja schon gab als Kostüm-Pokémon, entwickeln zu Siverio. Ist ja auch da, ist aber auch keine große Sache. Event Boni. Bis zum Ende des Events könnt ihr bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren. War ja die ganze Zeit schon so. Äh, seit Teil 1 ist es dann also immer noch so. Und es wird eine befristete Forschung geben. Werden eure Wünsche in Erfüllung gehen. Euch erwartet eine befristete Forschung, bei der ihr die Belohnung auswählen könnt. Die ihr für das Ausbrüden von Eiern, das Fangen von Pokémon oder das Sammeln von Sternenstaub erhaltet. Es gibt also drei Wege. Wer viel brütet, sollte sich darauf konzentrieren und das wählen. Dass immer wenn ihr brütet, dann halt mehr kriegt. Oder mehr EP, Fang und so. Oder mehr Staub. Ich würde persönlich immer auf Staub gehen, weil der ist irgendwie am besten. Staub ist einfach die beste Ressource. Eure Auswahl bestimmt, welche Aufgaben ihr während des Events erfüllen müsst und welche Boni ihr bekommt. Unabhängig davon, welche Entscheidung ihr trefft, können alle Trainer, die die Forschung abschließen, Items erhalten und haben die Möglichkeit, Galapandimos und anderen winterlichen Pokémon zu begegnen. Also wer noch keinen Galapandimos hat, gibt es ja auch als Shiny, hat ja auch nochmal die Möglichkeit. Winterwunderland. Jetzt ist das extra nochmal. Winterwunderland. Also das ganze Event läuft vom 23. bis zum 31. Aber Winterwunderland ist extra nochmal vom 24. bis 25. Von Samstag, den 24.10 Uhr bis Sonnag, den 25.20 Uhr. Event Boni. Ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag. Täglicher Abenteuerrauch hält während des Events 30 Minuten lang. 30 Minuten statt 15 Minuten. Wer immer noch keine Gallavögel hat, kann da also die doppelte Zeit nutzen. Zusätzlicher Spezialtausch. Zwei Tage lang. Muss ich mal gucken, dass ich das nicht vergesse. Passt sehr gut. Hab noch viele Glücksfreunde, dass man da vielleicht noch was weg macht. Ein Glückstausch. Die Anzahl der Glücks-Pokémon, die ihr beim Tauschen garantiert bekommen könnt, wurde von 10 auf 15 erhöht. Ab jetzt erhaltet ihr bis zum Erreichen dieses Limits garantiert ein Glücks-Pokémon, wenn ihr ein Pokémon tauscht, das seit 2017 in der Pokémon-Box eines Trainers war. Diese Änderung ist endgültig und bleibt auch in Zukunft bestehen. Jetzt hab ich das erstmal realisiert. War ja so, wenn man Pokémon von 2016 hat, hieß es damals, und die tauscht einem anderen Kollegen, der noch keine 10 Glücks-Pokémon insgesamt erhalten hat, wird das garantiert bei dem Lucky. Wenn der andere aber schon 20 Glücks-Pokémon hat, irgendwann mal her, dann ist es kein Garant, dass dieses alte Pokémon auch glücklich wird. Also das waren garantierte Glücks-Trades, auch ohne Lucky-Trade an sich. Wenn man ein altes getauscht hat mit jemandem, der noch keins hatte, dann konnte der einfach 10 alte Pokémon nehmen und alle 10 sind glücklich geworden. Wenn er natürlich schon 5 Glücks-Pokémon hatte insgesamt, sind nur 5 Stück glücklich geworden. Jetzt ist das also erhöht von 10 auf 15. Es könnte also ein neuer Spieler jetzt kommen, der noch nie ein Glücks-Pokémon hatte, sich jemanden suchen, der einen alten Account hat oder noch Pokémon von 2016 oder hier auch 2017. Haben sie auch nochmal erhöht. Und der könnte ihm einfach 15 alte Pokémon geben, gibt ihm 15 aktuelle und es wird bei beiden garantiert, dadurch, dass der eben noch keins hatte. Ihr versteht das sicherlich, das müssen wir jetzt nicht noch dreimal erklären. Sammler-Herausforderung. Die Sammler-Herausforderung Winterwunderland ist bald da. Schließt die Sammler-Herausforderung Winterwunderland bis Sonntag, den 25.20 Uhr ab, um einem Galapanimos zu begegnen und EP und Rauch zu erhalten. Ähm. Kommen da jetzt noch mehr? Ist das einzigste, was Winterwunderland ist beim Event, dass man 30 Minuten Abenteuerrauch hat und zwei Trades oder was? An den zwei Tagen einfach zwei Trades. Warum haben sie den 26. nicht auch noch mit reingenommen? Es gibt doch Heiligabend und zwei Weihnachtsfeiertage. Hätte ich so gemacht. Dann habt ihr ein super Bild hier von Hisui Akteas, Aktilas. Das muss ich auf jeden Fall nehmen, weil ich am Samstag, den 24. ab 14 Uhr, bis 17 Uhr geht das, also drei Stunden Raid-Day, möchte ich ja auch Raids machen. Bin aber wohl in Meiningen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Da möchte ich unterwegs kurz einen Stream machen, meine freien Raid-Pässe wegmachen mit Pupsi zusammen und so weiter. Bevor wir dann uns ins Fest stürzen. Wir veranstalten einen Raid-Hug zu Ehren von Hisui Akteas. Dabei erscheinen Hisui Akteas in Raid-Kämpfen der Stufe 3. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Das Ding ist Gestein, das Ding ist Eis. Nehmt also Kampf, dann seid ihr vierfach effektiv und können das sicherlich viele einfach auch im Solo einfach so bezwingen. Hisui Akteas erscheint häufiger in Raid-Kämpfen. Ihr erhaltet bis zu fünf zusätzliche kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Die Chance auf schillernde Hisui Akteas ist erhöht. Fünf zusätzliche heißt den einen plus fünf, also sechs Raids kostenlos. Und diese sechs Raids kostenlos werde ich wohl dann im Stream auch machen. Die Chance ist erhöht auf das Shiny. Wir kennen aus Raid-Days eigentlich, dass bei fünf Raids meistens sogar schon mindestens ein Shiny dabei war. Das ist also sehr cool. Da freue ich mich besonders drauf. Vivillon erscheint im Pokémon Go. Ich weiß nicht, warum das jetzt nochmal hier steht. Das Feature hat ein extra Video gehabt. Da werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Dann guckt euch das Vivillon-Video an. Wilde Pokémon. Die wilden Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Pikachu mit Winterkarnevals-Outfit. Evoli mit Feiertagshut. Quiegel, Botogel, Schnäppke, Seemops, Schneebedeck, Gelatini, Petsneef, Arctip. Mit etwas Glück auch Frigometri, Damir Blacks, Alola, Sandan. Also wer das Pikachu noch nicht hat, gönnt euch. Sieht auf jeden Fall cool aus mit dem Pullover. Evoli mit seinen ganzen Formen. Fürs Sammler richtig genial. Quiegel, richtig starkes Pokémon. Schnäppke, falls ihr noch ein gutes Mega für Nondor braucht. Habt ihr hier vielleicht eins, was ihr dann noch entwickeln könnt. Seemops ist eigentlich auch cool. Schneebedeck, auch mit dem Mega-Rex-Blizzard. Arctip neu als Shiny da. Gelatini recht selten. Frigometri recht selten. Petsneef, was ihr jetzt nun auch entwickeln könnt. Botogel mit der Schleife. Also nehmen das auch mit. Sind eigentlich coole Pokémon. Muss ich schon sagen. Eier. 7 Kilometer Eier mit Sneebel. Cozilla, Amarino, Arctip, Grabox. Interessiert mich jetzt nix. Arctip gibt's auch wild. Braucht ihr hier nicht aus den Eiern. Sneebel ist immer erhöht gewesen. Sonst was. Cozilla wäre noch kein Sat. Aber das sollte jetzt nicht das Ziel sein in diesem Event. Raid-Kämpfe Stufe 1. Pikachu mit Winter-Outfit. Alola, Sandan, Evoli, Galaflambion, Petsneef. Galaflambion ist ganz cool, wer das Shiny noch sucht. Aber... Ja, ich würde mich eher auf Evoli konzentrieren. Aber das gibt's ja auch wild. Also eigentlich nur Galaflambion. Interessant. Als einer Raid. Raid-Kämpfe Stufe 3. Ausdoss, Labras, Bodogel, Glaciola. Hier eigentlich nur Glaciola interessant. Mit seinem Unterwasser-Feiertags-Outfit. Weil gibt's nur hier oder aus Feldforschungen. Also... Würde ich hier da drauf gehen. Raids der Stufe 5. Kyurem. Ich hab meinen 100er auf Level 50. Brauch eigentlich keins. Es wird aber trotzdem eine Raid-Mania damit geben. Und... Ja, Raids für Zuschauer müssen wir mal gucken. Mega für Nondoy ist auch weiterhin noch da. Vielleicht kann man da auch mal noch was machen. Aber ich brauche jetzt davon eigentlich nix. Brauche hier aber auch nix. Und deswegen werde ich trotzdem Kyurem raiden. Kyurem kriegt auch eine neue Attacke. Wenn ihr zwischen Freitag, den 23. Dezember 10 Uhr und Sonntag, den 1. Januar 10 Uhr Kyurem raidet. Solange ist das also da. Sehr schön. Willkommen ist die Attacke Eiszeit. Trainerkämpfe 60 Schaden. Senkt den Angriffswert des Gegners. Arena-Kämpfe und Raid-Kämpfe 160 Schaden. Das klingt auf jeden Fall cool. Das würde ich mal im 100er geben. Pokémon bei Feldforschungen. Habt ihr hier dann auch nochmal zu sehen. Fast alles wie oben auch. Pikachu, Sandan, Jurob, Muschers, Rosanna, Evoli, Bodogil, Petsneef, Grabox, Sneebel und Glaciola. Boah, Muschers. Um mal einen Austausch hochzupushen irgendwann mal. Und für Bonusstaub. Da gibt es wieder Mega-Rex-Blieser-Energie. Es gibt wieder neue Avatar-Artikel, Sticker, irgendwas. Also wenn ihr noch keine besonderen Klamotten anhabt. Hier das Weihnachtsmann-Outfit trage ich ja. Hier die Pyjamas könnt ihr euch reinziehen. Das kennen wir aber schon aus dem ersten Teil. Genau wie das Ticket und diese Pose war ja auch im ersten Teil. Das ist eigentlich alles zum Teil 2. Ein bisschen chaotisch schon wieder. Ein bisschen zu viel. Also 23. Dezember von Freitag bis zum 31. Dezember. Und dann ist ja wahrscheinlich schon wieder ein Neujahrsevent und alles. Und geht es von einem ins nächste über. Ich freue mich auf jeden Fall auf Evoli. Ich freue mich auf die zwei Spezial-Trades. Die sind mir wirklich sehr wichtig momentan. Ich suche immer noch das Viridium als 100er. Muss ich jetzt aus dem Glückstausch bekommen. Ich freue mich mega auf den Arctilas Raid Day. Das wird bestimmt mega spaßig. Und ansonsten einfach ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen fahren. Ein bisschen spielen. Aber auch nicht zu sehr. Denkt trotzdem dran. Weihnachten, Familie, Fest, Besinnlichkeit und so weiter. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Auf was freut ihr euch? Worauf habt ihr Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Ai, 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 ai.